Valentina gesellt sich dazu. Natürlich machen sich das nicht. Und wir hören mal raus auf die Straße, was die Situation mit den Menschen macht. Dazu hat sich meine Kollegin Eva-Maria Götz auf den Weihnachtsmärkten in Wiesbaden und Godesberg umgehört und gefragt, wie geht es Ihnen in dieser Zeit und welche Strategien entwickeln Sie, wenn es nicht gut läuft. Mich nervt dieses ganze Corona. Man möchte ja mal wieder sein altes... So let's build a... So let's build a...